Basta ist heute in Papas Haus. Oh schau, da ist Papa Bus. Morgen geht Basta wieder zur Schule. Das wird großartig, aber zuerst müssen sie sich vorbereiten. Papa Bus hat eine Kontrollliste mit allem, was Basta braucht, um morgen wieder in die Schule zu gehen. Er braucht seinen Rucksack, seine Brotdose, sein Schulbuch, ein Federmäppchen und ein Lineal. Rucksack erledigt. Brotdose erledigt. Alles andere erledigt. Ups. Und nicht zu vergessen ist der Haifischzahn von seinen Ferien, damit er ihn vorzeigen kann. Wow. Basta braucht jetzt einen guten Schlaf, bevor die Schule morgen wieder anfängt. Gute Nacht, Basta. Da geht der Wecker los. Es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Oh nein. Basta ist wieder eingeschlafen. Oh je. Und jetzt wird er zu spät zur Schule kommen. Schnell. Sie müssen sich schnell fertig machen. Was braucht Basta? Rucksack hat er. Brotdose hat er. Federmäppchen und Schulbuch hat er. Aber was fehlt ihm? Das Lineal. Und los geht es zur Schule. Warte mal eine Sekunde. Basta hat seinen Haifischzahn vergessen. Schnell Basta, schnell. Haifischzahn hat er. Sie müssen losrasen, um pünktlich zu kommen. Los, Basta. Sieht so aus, als würde der Lehrer anfangen, sich Sorgen zu machen. All seine Freunde sind schon in der Schule. Und er wird zu spät sein. Oh nein. Puh, er hat's geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Was für ein verrückter Morgen.